Heute geht es um gute Regeln für schwierige Meetings. Vor einiger Zeit wurde ich als Moderatorin in ein Projektteam gerufen. Dieses Projekt lief schon etwas länger. Es hatte verschiedene Probleme an verschiedenen Stellen gegeben und die Situation war ziemlich zerfahren. Konfliktträchtig, manche Dinge waren völlig ungelöst, auch wenig angesprochen. Und es war meine Aufgabe, mit einer Reihe von Meetings dieses Projektteam nach vorne zu bringen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir zwei Einstiegsfragen überlegt, mit denen ich in jedes einzelne Meeting reingegangen bin und die ich immer zunächst mal zum Anfang mit allen Teilnehmern besprochen habe, bevor wir dann in die eigentlichen Projektthemen eingestiegen sind. Und diese beiden Einstiegsfragen, die möchte ich Ihnen heute als Impuls mitgeben. Frage Nummer eins, die ich immer in jedem Meeting zu Beginn an alle Teilnehmer gestellt habe. Was muss jeder Einzelne hier tun, um die ohnehin schon wirklich schwierige Situation so richtig komplett vor die Wand zu fahren? Das sollte jeder für sich sammeln und wir haben es dann auf einem Flipchart aufgeschrieben. Daneben haben wir ein zweites Flipchart gehängt und dazu kam dann die zweite Frage. Was muss jeder Einzelne hier tun, um in der ohnehin schon schwierigen Situation mit diesem Meeting hier einen großen Schritt in Richtung Verbesserung zu leisten? Das war das zweite Flipchart. Mit diesen beiden Flipchart hatten wir schon ganz klare Regeln, was wollen wir hier nicht und was wollen wir hier? Und so konnten wir die Kommunikation und damit auch die Arbeit in diesem Projekt relativ schnell nach vorne und lösungsorientiert weiterbringen. Wenn Sie in schwierigen Situationen sind, wenn es Meetings gibt, die schon von vornherein, wo es ganz, ganz klar ist, das wird richtig zäh und richtig unangenehm, dann können solche zwei Fragen zum Einstieg helfen, die Situation und Dialogbereitschaft der Teilnehmer zu verbessern. Ich bin Stefanie Voss. Ich bin Workshop-Moderatorin, Vortragsrednerin, Coach. Ich arbeite in der Teamentwicklung und ich moderiere auch Projektworkshops verschiedenster Art. Sie finden mich bei Xing, bei LinkedIn und auch bei Facebook. Dort können wir uns gerne vernetzen. Und Sie finden meine Videos auf meinem Videoblog www.leaderonmyship.com. Last but not least, so verfahren die Situation auch sein mag, halten Sie das Steuer für sich immer fest in der Hand. Denn genau das macht Sie zum Leader on Your Ship. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.